Hallo Leute, ich wollte euch nur frohe, frohe Weihnachten wünschen und eine besinnliche Zeit, tolle Tage, Gesundheit, Glück, Zufriedenheit, alles was man einem anderen Menschen nur wünschen kann. Wenn ihr Wert drauf legt, wünsche ich euch auch viele, viele, viele schöne Geschenke, eine tolle Zeit auf jeden Fall im Kreise eurer Liebsten. Ja, was soll ich sagen, Weihnachten, das Jahr geht langsam zu Ende. Ich wollte mich auch nochmal bedanken bei euch für die tolle Zeit im vergangenen Jahr. Es war einfach wunderschön für mich, ich hoffe es hat euch auch gefallen und ja, natürlich geht es nach Weihnachten dann auch weiter und auch im nächsten Jahr. Ja, ich wollte auch nochmal kurz sagen, dass ich über die Feiertage, also 24., 25., 26. keine Videos hochladen werde, aber dann eben wieder am Sonntag, den 27. Da versuche ich dann zu jedem meiner Let's Plays mindestens eine Folge hochzubekommen. Ich werde aber auch erst am Sonntag wieder aufnehmen, das heißt ich weiß nicht genau wann ich das schaffe, vielleicht wird es auch erst spät abends werden. Also habt da ein bisschen Geduld mit mir. So, also wünsche ich euch nochmal frohe Weihnachten und bis bald. Ciao.